Neben der Rentenversicherungspflicht von Trainern ist ein weiteres Sonderthema die sogenannte Scheinselbstständigkeit. Die Scheinselbstständigkeit wird ebenso von der Deutschen Rentenversicherung Bund überprüft. Auch dafür gibt es ein gesondertes Statusfeststellungsverfahren. In diesem Statusfeststellungsverfahren soll ermittelt werden, ob jemand nur zum Schein selbstständig ist oder ob er tatsächlich selbstständig ist. Eine Reihe von Fragen soll dies überprüfen. Dabei geht es darum, ob man unternehmerisch tätig ist, ob man mehrere Auftraggeber hat etc. In diesem Fall ist es aber so, dass nicht der Trainer ein großes Gefahrenpotenzial hat, sondern der Auftraggeber, der in dem Fall dann nämlich automatisch zum Arbeitgeber werden würde. Denn dieser müsste diese Lohnnebenkosten, sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmeranteil, bis zu vier Jahre rückwirkend bezahlen. Wobei er die Möglichkeit hat, die letzten drei Monate Arbeitnehmeranteil von dem Trainer zurückzufordern. Bei diesem Risiko können Forderungen von mehreren tausend Euro entstehen. Da ein Fitnessstudio für gewöhnlich auch mehrere Trainer hat, die dieses Problem haben könnten, könnte das zur Insolvenz führen. Insofern sollten gerade die Betreiber von Anlagen ganz genau darauf achten, ob die dort freiberuflichen und selbstständigen Trainer tatsächlich freiberuflich und selbstständig sind oder unter Umständen der Sachverhalt der Scheinselbstständigkeit vorliegt. Die Kriterien, die für die Beurteilung notwendig sind, sind sehr unterschiedlich. Es wird zum Beispiel gefragt, ob jemand mehr als fünf Sechstel seine Einnahmen von einem Auftraggeber verdient. Nun ist es aber nicht so, dass wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, automatisch scheinselbstständig ist, sondern es könnte auch nur eine schlechte Auftragslage sein. Wenn ihr als Trainer nur ein Studio habt, was euch gerade Aufträge gibt, seid ihr nicht automatisch dort angestellt. Es könnte aber durchaus wahrscheinlich sein, dass dem so ist. Entscheidend ist die Frage, ob ihr auf der Suche nach neuen Auftraggebern seid oder nicht. Wenn ihr dieses aufzeigen könnt, seid ihr gerade etwas weniger scheinselbstständig als derjenige, der gar kein Interesse hat, neue Auftraggeber zu kriegen. Ebenfalls entscheidend ist, ob ihr weisungsgebunden seid. Jemand, der selbstständig ist, ist nicht weisungsgebunden. Der kann Raum und Zeit halbwegs selbst bestimmen. Der Angestellte hingegen, der ist auf die Vorgaben angewiesen. Es werden aber noch viele weitere Aspekte nachgefragt, wie zum Beispiel das unternehmerische Handeln. Das heißt, bringt ihr euer Equipment selbst mit? Habt ihr ein eigenes Auto? Habt ihr eine eigene Homepage? Habt ihr Flyer, um neue Kunden zu werben? All diese Dinge werden abgefragt und wie bei der Rennversicherungspflicht für Trainer ist es so, dass die Vielzahl der Kriterien, die abgefragt werden, durchaus unterschiedliche Ergebnisse bei der Beurteilung hervorbringen können. Insofern sollte man sich rechtzeitig mit der Problematik befassen und gerade im Interesse des Auftraggebers, der dann Arbeitgeber werden könnte, erörtern, ob das auf die entsprechenden Leute zutrifft oder nicht. Selbstverständlich sollte man dieses Thema mit Fachanwälten klären. Wenn ihr euch bei mir meldet, ich gebe euch gerne die Adresse von den besten Anwälten für dieses Thema.